und ein lad für die double 16 das habe ich gar nicht aufgepasst die nebel geht jetzt nur in führung für den berliner 20 west er ist drin sagt der ich hätte jetzt was anderes behauptet den verwandeln mit dem 2 1 geht er jetzt in führung gegenüber tenni 76 für die double 16 ich war nicht schnell genug und er ist drin denn die nach 22 entschieden 16 für top size für denny mit zwei auf tops er ist drin drei zu drei für denny testmann gehen ins entscheidende weg du mir über 10 und doppel 5 für denny wird er die spielen wollen nein will er nicht dachte ich mir eigentlich die doppel hier haben und holt sich sein match 4 zu 3 gewinnt denny testmann ja knapp gegen dominik nebe ein blick auf die aktuellen spiele lässt leider hat ein spiel zu alle sind in den spielen das heißt es gibt jetzt wieder eine kurze pause ein blick auf die aktuellen spieler sind ein blick auf die aktuellen spieler sind ein blick auf die aktuellen spieler sind